Ich habe bei BRP Rotax als Mitarbeiter an der Montagelinie begonnen und habe dann in mehreren Schritten in den letzten 20 Jahren mich in die erste Führungsebene entwickelt. Natürlich entwickeln sie Berechnungsmethoden immer weiter, somit ist es so wichtig, dass man immer up to date bleibt und sich eben in der Materie weiterentwickelt. Ich habe begonnen in der IT als Finance Application Specialist und habe dann nach drei Jahren die Rolle des Gruppenleiters übernommen. Jetzt auch im Hinblick darauf, dass ich selber noch nicht lange in dem Unternehmen tätig bin, habe ich einfach gesehen, dass jemand einen gewissen Drive und Energie mitbringt und etwas weiterbringen möchte, dass das Unternehmen einfach auch die Möglichkeit gibt, sich weiterzubilden und sich weiterzuentwickeln. Ich bekomme die Möglichkeit, Schulungen in Anspruch zu nehmen, die vor allem software-spezifisch sind. Ich habe meine letzte Weiterbildung erst vor wenigen Wochen abgeschlossen. Wir sind als Führungsmannschaft, die gesamte Führungsmannschaft hier am Standort, ein Wochenende extern gegangen und haben uns sozusagen im Thema Leadership gemeinsam vertieft. Interne Trainings werden im Rahmen von Veränderungen angeboten. Es werden Sprachkurse angeboten und jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Aktuell habe ich eine persönliche Weiterentwicklung im Unternehmen, wo mir die Möglichkeit geboten worden ist, obwohl ich erst seit kurzem im Unternehmen bin, an internationalen oder standortübergreifenden Projekten mitzuarbeiten. Was für mich jetzt natürlich eine große Motivation ist, dort meinen Weg fortzuführen. Geboten Geboten